Und wie bist du jetzt zufrieden mit dem Rennen? Hast du das Resultat schon gesehen? Es ist eine neue P-Base. Ah, super. Die U20 Staffel auf der Bahn 4, dann U23-1 und U23-2. Erich Dech Roth mit einem holprigen Start, was ist da passiert? Und guter Wechsel der zweiten Staffel der U23, ein bisschen weniger gut für die erste Staffel. Und die U20, die holt wieder auf. Und nun ist es die U20 Staffel mit Ngimbi, der da an die Spitze läuft. Und Simon Graf nimmt das Ganze als Erster in Angriff. Und Simon Graf verteidigt auch. Simon Graf für die U20 Staffel mit 41-49. Nach einem holprigen Beginn mit Erich Dech Roth dann doch noch der Sieg der U20 Athleten gegenüber den beiden Staffeln der U23. Und das ist etwas, was du mitnehmen kannst. Also das ist möglich. Es kommt natürlich darauf an, wie das Rennen läuft. Das Rennen wird, genau. Und du kannst natürlich nicht den 800er-Läufer nehmen und sagen, du verdoppelst deine Zeit auf den 15er. Ja. Ja, ich 44-etzige Tage. Oh, ich bin einfach stolz. Ja. Was enjoy das? Oh, seit dem wir bisher gesagt haben, wir sehen uns aus, aber auch bei mir. prueba wenn wir dann das sehen, was Alte sing rubber wird. Die musiciansют das gehen. Vigomen, wir glauben einmal als Ä resil, nicht zu extra rien,pubole, was sagt vor allem wichtig,